Living Water – Leidenschaft für Wasser. Hier sind wir in unserem Element. Mit Ideen, Leidenschaft und Know-how entwickelt OASE einzigartige Technik für das Leben und Gestalten mit Wasser. Mit OASE werden Wassergärten zu kleinen und großen Paradiesen. Mit OASE entstehen aus Wasser einzigartige Kunstwerke für die Sinne. Im Zusammenspiel mit modernster Technik sind der Fantasie keine Grenzen. Und hier fängt alles an. In den kreativen Köpfen der OASE Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Inspiriert durch die Natur, die Wünsche unserer Kunden und das Streben nach technischer Perfektion, entwickelt unser Experten-Team innovative Produkte, die höchste Ansprüche an Leistung und Qualität, an Ergonomie und ressourcenschonende Energieeffizienz erfüllen. Die Entwicklungsabteilung von OASE. An modernen CAD- und Simulationsarbeitsplätzen nehmen Ideen Gestalt an. Leistungsstarke Computer ermöglichen es, Produkte bis ins Detail zu konstruieren, dreidimensional zu visualisieren und ihre Funktion zu simulieren. So können unsere Ingenieure, noch bevor ein erster Prototyp entsteht, Optimierungen und Modifikationen vornehmen. Das macht die Entwicklung neuer Produkte nicht nur schneller, sondern zugleich auch effizienter. Vor der Serienfertigung müssen OASE Produkte in speziell entwickelten Prüfanlagen, in Indoor- und Freilufttestbecken unter realen Einsatzbedingungen ihre Leistungsfähigkeit bestätigen. Die Ergebnisse dieser Klima- und Belastungstests fließen direkt in die Optimierung der Produkte ein. Mit neuesten Testmethoden stellen wir sicher, dass alle Werkstoffe und technischen Komponenten bis ins Detail die hohen OASE Anforderungen erfüllen und unseren Kunden bieten, was sie von OASE erwarten. In der OASE Produktion verbindet sich moderne automatische Fertigungstechnik mit der Erfahrung und dem Know-how qualifizierter Mitarbeiter. Hochwertige Einzelteile und Baugruppen werden mit Sorgfalt, Präzision und geschultem Auge montiert. Hier ist Qualität in den besten Händen. Erst nachdem sie die Endkontrolle passiert haben, erhalten unsere Produkte das OASE Label und gehen auf den Weg, anspruchsvolle Kunden in aller Welt mit einzigartiger Leistung, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit zu begeistern. Leidenschaft für Wasser, sprühende Fantasie, sprudelnde Ideen – erleben Sie die faszinierende Welt von OASE. họ im Nachbestehen Vielen Dank.